Jo, ich grüße euch zu einem neuen Part Pokémon Pearl. In diesem Part schauen wir uns die Stadt ewig genau an. Fangen wir hier mit diesem Typen hier an. Team Galactic hat mir mein Pokémon gestohlen und anderen Leuten auch. Man muss etwas tun, aber die von Team Galactic schüchtern jeden ein. Schon mal, was von Polizei gehört? Polizei, oder die Polizei wird dadurch auch etwa angeschüchtert? Naja. Ähm, was machen sie mit deinem Pokémon? Äh, mit meinem Pokémon? Sie setzen uns im Kampf gegen andere Trainer ein. Was denn sonst? Wenn dein Pokémon kampfunfähig ist, dann bezieht sich das nur auf den Kampf. Es kann immer noch VMs außerhalb eines Kampfes anwenden. Ja, genau. Hallo, kleiner Trainer. Welche Pokémon hast du denn dabei? Oh, dein Pir-P-Pli-Prin. Es scheint dich zu mögen. Es ist gerne bei dir. Ja, von der haben wir im letzten Part auch das Zusatzset bekommen für unseren Poketsch. Gut, die Karte müssen wir uns soweit ich weiß nicht anschauen, wie die haben wir uns auch schon im letzten Part angeschaut. Ja, Aufnahmezeit ist 19.16 Uhr. Das heißt, es ist ein bisschen dunkler als sonst. Hey, du da. Ja, du Trainer, du. Ähm, schön gut. Du siehst sehr aus. Ich werde dir deine... Du kannst deine Pokémon behalten. Ah ja, okay. Das ist der Typ, der den Leuten ihre Pokémon klaut. Haus des Untergrundmannes. Tiefgründige Abenteurer. Oder Abenteuer. Was auch immer. Moment, ich trinke euch schon ein Stückchen. So, okay. Ich bin der Erste, der im Untergrund Tunnel gegraben hat. Man nennt mich den Untergrundmann. Also nennst du mich auch so. Ich habe ein Geschenk für dich. Setze es mit Verstand ein. Ein Forschersack. Okay. Dieser Forschersack bringt dich in den Untergrund, wann immer du willst. Du musst ihn nur verwenden. Und schon bist du in den Tunneln. Der Untergrund ist eine ganz andere Welt. Dort kannst du dies, das und jenes tun. Lass dich überraschen. Ich kann dir beibringen, ein guter Höhenforscher zu werden. Und? Bist du interessiert? Nee. Ich hatte gehofft, dir mein Wissen... Blablabla. Ja, genau. Meine Entscheidung. Und bleib auf deinem Untergrund Zeugs sitzen. So. Die Tunnel im Untergrund führen überall hin. Besuche sie mit deinen Freunden, indem du die drahtlose DS-Datenübertragung verwendest. Habe ich noch nie benutzt, werde ich auch nicht hier verwenden, weil mich das nur interessiert. Auf zu den Schätzen. Ich bin aus Erzelingen. Ich arbeite dort im Bergbaumuseum. Der Untergrundmann hat mir Tipps gegeben, wie man Schätze und Sphären ausgraben kann. Also im Untergrund kann man auch Fossilien finden, soweit ich weiß. Allerdings habe ich es noch nie geschafft, eines zu finden. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie man das im Untergrund alles so macht. Naja, ist auch nicht so wichtig. Und bevor ich lossehe, gebe ich dir einen Tipp an dich weiter. Während deines Skrubens siehst du manchmal zum Gesteine, sie sind hart, blablabla. Nicht so wichtig. Ach, euer Fernseher läuft. Ein Buch. Der Titel lautet Wissenswertes über den Untergrund. Welche Seite wirst du lesen? Gar nichts, denn ich interessiere mich nicht für das. So, ähm... Ja, hier waren wir schon. Hier ist ein Team Galaktik-Fuzzi. Hast du unser Gebäude schon gesehen? Wir Team Galaktik sind so stinkreich, dass wir 10 Stück davon bauen könnten. Aha, okay. Leistet euch erstmal besser Pokémon und dann baut euer Haus auf. So, und hier ist ein Fahrradgeschäft, aber zuvor spreche ich noch diesen Typen hier an, der hier steht. Mein Freund sagt, Team Galaktik hätte ihnen sein Lieblings-Pokémon gestohlen. Ich glaube, er lügt. Die Mitglieder von Team Galaktik sehen so cool aus. Sie würden so etwas nie tun. Ja, stimmt. Das sind die liebsten Menschen der ganzen Welt. So, hier ist das Fahrradgeschäft. Radl. Reynas. Radladen. Schnell und zuverlässig. Man sagt, es sei eine uralte Stadt, aber man sieht ihr es nicht an. Schau nur, all diese hohen Gebäude. Ja, stimmt. So, hier sind auch ein paar Fahrräder. Schau mal im Radgeschäft vorbei, vielleicht bekommen wir ein Fahrrad. Der Mensch ist zum Gebäude des Team Galaktik vorgegangen. Aber er ist noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Oh Gott, er wurde bestimmt gekidnappt oder sowas ähnliches. So, ich möchte gerne ein Rad kaufen. Bist du der Sohn von dem? Oder... Ich weiß auch nicht. So, dann übernehmen wir mal das Geschäft hier. So, schauen wir uns die Registrierkasse an. Aha, keine neuen Einnahmen. Okay. So, warten wir mal auf Kunden, die kommen. Okay, es kommen keine Kunden, ich habe Feierabend. So. Jut, hier ist der Pokémon-Markt. Man sagt, es sei nur... Dich haben wir schon angesprochen. Blablabla. Gut, hier ist ein alter Sack. Irgendwie genau ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Wie meinst du das? Wegen den neuen Gebäuden oder wie? Oder ich verstehe dich nicht. Und hier unten ist eine Arena. Seit Team Galaktik dieses Gebäude gebaut hat, ist die Atmosphäre hier ganz gruselig und angespannt geworden. Und manchen... Und zwar... Also, was machen die hier überhaupt? Heimisch werden. Wohnanlage, eh wie genau. Namensbewertung möglich. Ah, vielleicht ist hier der Namensbewerter. Vielleicht können wir hier dann Frau Löwe umbenennen. Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Ach, ich habe hier schon die ganze Zeit gesucht. Ja, 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 ja. Okay, mm, 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 mm. Genau, Waterloo bekommt erstmal Großbuchstaben. Damit das viel schöner aussieht. Also gut, W... A... Oh, A... D... A... E... Warum mache ich das eigentlich nicht mit der Maus? Geht schneller. E. R. L. O. U. Waterloo. Wenn man es mit zwei O's schreiben, dann wäre es glaube ich die Stadt in Belgien, wo Napoleon damals die entscheidende Schlacht verloren hat. Gegen die Allianz der europäischen Mächte. Darunter war auch Preußen dabei. Zusammen mit Russland, Österreich, Ungarn und Großbritannien. Gut, Kampffalke passt und Frau Löwe passt nicht. Da fehlt nämlich ein Buchstabe. So, F. R. A. U. Mehrzeile L. Ö. W. E. Frau Löwe. So, okay. Ja, passt doch schön. Schon viel besser. Und sieht auch schöner aus. Waterloo, Kampffalke, Frau Löwe. Okay, dann ist hier noch ein Typ. Hi, ich bin der Gebäudewächter. Ich bin 24 Stunden am Tag wachsam. Ah, deswegen sieht es auch so alt aus. Denn... Ja, das sind die ganzen Augenringe, da erscheint man ein bisschen älter. Arena-Leiterin Silver geht oft in den Ewigwalds. Ich frage mich, was sie dort macht. Pokémon fangen bestimmt. Diese TM-Aufbereitung habe ich jetzt schon so lange. Ich kann sie einfach nicht richtig verwenden. Ich schenke sie dir. Hoffentlich kannst du damit mehr anfangen, leise ich. Ah ja, die Schenkungstheem-Aufbereitung. Das ist eine Attacke, die Bären wiederverwendet. Schauen wir uns die mal kurz an, was sie so für Werte hat. Würde mich jetzt interessieren. Aufbereitung hier. Ein einmal einsetzbares Item, das in diesem Kampf verwendet wurde, erscheint wieder. Ach, sogar ein Item. Damit könnte man den Fokusgurt verwenden. Und dann könnte man diese Taktik machen mit Notsituation und Ruckzuck-Keep. Wer eine Überlegung wert. Gut, dann haben wir noch Pflücker. Er hält der Gegner eine Bäre, stiehlt der Angreif für sie und genießt ihre Auswirkungen. Darmsteine. Eine Falle aus schwebenden Steinen verletzt Gegner, die neu in den Kampf gerufen wurden. Blitz. Dieses flackernde Licht reduziert die Genauigkeit des Gegners, kann auch Höhlen erleuchten. Aufbereitung haben wir schon gesehen. Felsgrab. Der Gegner wird mit Felsen beworfen, die ihn blockieren und schnelle Angriffe verlangsamen. Der Gegner wird so gereizt, dass er über 2-4 Runden nur Angriffsattacken einsetzt. Kraftreserve, die Stärke und der Typ dieser Attacke hängen vom jeweiligen Pokémon ab. Und Kugelsaat. Der Anwender bewirft den Gegner in schneller Folge 2-5 Mal mit Samen. Das mache ich auch manchmal. Gut, hier läuft wieder ein Fernseher. Der Abfalleimer ist leer. Okay. Guten Abend und willkommen beim Sinnohr Nachrichten Netzwerk. Das Sinnohr Nachrichten Netzwerk hat seine Teams die Nachrichten vor Ort recherchieren. In der gesamten Region verteilt. Durch den Statistiktausch im Connex Club kannst du auch uns helfen. Auf diese Weise erfahren wir welche Nachrichten für deine Freunde verwendet werden. Gut, hier geht es nach oben. Ich habe viele Bären gesammelt und tausche sie gegen Accessoires. Ich bin fast so weit gekommen, dass ich den Wettbewerb in Herzhofen gewinne. Na dann, viel Spaß und viel Glück dabei. Du kannst mich nicht fangen. Ich habe Fallen aufgestellt. Ja, meinetwegen. Orden der Arenen oder gewonnene Wettbewerbe. Es gibt offenbar verschiedene Möglichkeiten ein Sieger zu sein. Und ich hoffe du findest etwas, wobei du der strahlende Gewinner sein wirst. Selbstverständlich die Pokémon kämpfe, denn diese Wettbewerbschose interessiert mich null. Aha, ich habe dich erwischt. Ich nehme jetzt deine Fahne. Na, meinetwegen. So, dann verlassen wir dieses Haus. Wir haben in diesem Haus zwei gute Sachen hier gefunden. Einmal den Namenbewerter und andermal eine TM-Aufbereitung. Also man sieht, es lohnt sich, die Stadt zu erkunden. Auch wenn man nicht sonderlich Lust hat manchmal. Ich muss dir was erzählen. Im Ewigwald hatte ich riesige Probleme. Von jetzt an nehme ich immer ein Fluchtseil mit. Das ist sicherer. Ja, gut. Wenn du ein Fluchtseil brauchst. Sammelst du mehr Orden, gibt es in den Pokémon-Supermarken bessere Items. Das haben wir auch schon bemerkt. So, schauen wir mal nach. Wir haben jetzt einen Orden. Ah ja, genau. Wir haben es ja schon geschaut, was wir neue Sachen bekommen haben. Das muss ich nicht nochmal anschauen. Und wieder nutzlose Briefe. Und ein paar gute überteuerte Bälle. Aber sonst gibt es hier nichts Nützliches. Gut. Gehen wir weiter nach Süden. Hier ist die Arena. Wenn du ewig genau besuchst, musst du dir ein Fahrrad besorgen und den Radweg entlangfahren. Gut. Kommen wir hier an dir vorbei oder lässt uns nicht durch? Ah, die lässt uns sogar durch. Okay. Mit dem Forschersack ist es aufregend, den Untergrund zu erforschen. Aha. Ja, finde ich jetzt nicht so. Aber gut. Jeder. Das sei. Oh, ein leeres Haus. Stehen wir die Möbel. Hier, den Tisch nehme ich zuerst mit. Gut. Hier ist die Arena. Da schauen wir später vorbei. Gut. Können wir hier nach Süden gehen? Ist das möglich? Anscheinend schon. Kevin lange nicht gesehen. Oh, du siehst so erstaunt aus. Du fragst dich, wer ich bin? Äh, ja. Wir spielen und nimmst du mir nach. NSL. Der Typ ist NSL. Schnappt ihn. Ich bin der Assistent von Professor Albe und der Vater von Lucia. Auf Wunsch des Professors bin ich hierher gekommen, um dir bei deinem Abenteuer zu helfen. Kevin, wenn ich fragen darf. Wie viele Pokémon hast du getroffen? Ach, du liebe Zeit. Du hast 38 Pokémon getroffen. Wunderbar. Bravo. Professor Albe wird sich freuen. Hier ist etwas für dich. Der EP-Teiler. Okay. Ein Pokémon, das einen EP-Teiler hält, erhält E-Punkte aus Kämpfen. Und zwar selbst dann, wenn es gar nicht am Kampf teilnahmen. Ein EP-Teiler ist sehr hilfreich, um schwache Pokémon aufzuziehen. Und ein Tipp. Pokémon, die du einem Tausch erhältst, können ungehorsam sein, wenn die Level zu hoch sind. Aber keine Sorge, sammeln genügend Orden und sie werden dir gehorchen. Den EP-Teiler geben wir sofort einen unserer Pokémon, denn dieses Item bewirkt, dass wir mehr Erfahrungspunkte bekommen. Ein Item, das ein Pokémon zum Tragen gegeben werden kann, ist, teilt die Erfahrungspunkte aus einem Kampf auf. Ja, das bringt, das bewirkt zwar sich, dass das Pokémon, was den EP-Teiler bekommt zum Tragen, immer Erfahrungspunkte bekommt, selbst wenn es nicht an einem Kampf beteiligt ist. Das ist ziemlich gut, um schwache Pokémon zu trainieren. Ah, die lassen uns nicht durch, okay. Du benötigst ein Fahrrad, wenn du auf den Radweg möchtest. Gut, aber es ist nachts. Später komme ich vielleicht nochmal vorbei und dann sind sie abgelenkt. Und dann komme ich an die vorbei, ohne ein Fahrrad zu besitzen. Okay, der Assistent ist weg. Der hat bestimmt ein Rad und ist jetzt zurück nach Sandgaming gefahren. Gut, aber jetzt, ich verstecke mich jetzt hier ganz langsam und jetzt ganz leise. Vielleicht kommen wir ja so vorbei. So, und? Sch! Verdammt! Komm schon, ist es vielleicht so wie in der ersten Generation, dass man ohne Fahrrad da rein kann? Nein, leider nicht, schade. Ich wäre jetzt gerne ohne Fahrrad da reingegangen. Ich meine, man kann doch laufen, oder? Man würde da nicht von einem Fahrrad überfahren, dass überraschenderweise von... Boah, keine Ahnung. Von Motorengeräuschen angezrieben wird. Ach, leck mich. Wie sollst du das jetzt erklären? Warum amig sieht den Typen hier? Das macht keinen Sinn. So, das Schild haben wir uns auch durchgelesen. So, wir haben ewig genau erforscht. Jetzt brauchen wir ein Pokémon, das zerschneiden kann. Oder wir gehen zuerst in die Arena. Ich glaube, wir müssen zuerst in die Arena, weil sonst können wir zerschneiden ja gar nicht benutzen. Gut, dann gehen wir mal in die Arena. Schauen wir mal nach... Was es hier für Trainer gibt. So, die Arena ist hier. Pokémon Arena, ewig genau. Leiterin Silvana. Meisterin der Pflanzen-Pokémon. Pflanzentyp, okay. Dann würde ich vorschlagen, ich setze mein Wartolu nicht an die erste Position, weil Wartolu schwach gegen Wasser-Pokémon ist, und setze mein Flug-Pokémon an die erste Stelle, weil Flug-Pokémon stark gegen Pflanzentypen sind. So, was hast du zu sagen? Na, wie sieht's aus? Auf dem Weg zum Champ? Natürlich. Das habe ich zu dem Jungen gesagt, der vorhin hier hereingestimmt ist. Arena-Leiter Silvana verwendet Pokémon vom Typ Pflanze. Wie du sicher weißt, haben Pflanzen-Pokémon Angst vor Feuer? Ach echt? Pokémon haben Angst vor Feuer? Vom Typ Pflanze? Oh Gott. Augenblick mal, ich sollte dir noch etwas über die Arena erzählen. Du kannst die Leiterin erst dann herausfordern, wenn du die versteckten Tränen in der Arena gefunden und besiegt hast. Erst, es wird nicht einfach, aber siehe es locker und leg los. Okay. Wer bist du? In meiner Arena kämpft niemand gegen die Leiterin. Also mich, bevor er alle und anderen besiegt hat. Ich warte weiter hinten auf dich. Viel Glück! Gut, jetzt müssen wir quasi die Trainer finden, die sich hier im Wald verstecken. Das könnte sehr herausfordernd werden. Wir müssen jetzt daher ein wachsames Auge haben. Ah ja, da oben, seht ihr da an der oberen... Ne, Quatsch, das ist nur ein Stein. Oben links war gerade nur ein fetter Stein zu sehen. Ja genau, ist nur ein Stein. Ah, hier ist nichts. Mann, die verstecken sich ziemlich gut. Aber hier vielleicht? Hier drin? Hier ist vielleicht da? Nein, hier ist nichts. Ah, versteckte Sietern! Ach, verdammt. Hier ist auch nichts. Hier vielleicht? Nö, aber vielleicht dort? Nein, hier ist auch niemand. Ähm, aber hier vielleicht? Ne, auch nichts. Komisch. Ah, hier ist einer! Ich hab dich! Haha! Gefunden! Woher wusstest du, wo ich bin? Also gut, kämpfen wir! Was? Kikugi? Ach, das ist wie dieses Pokémon, wo ich den Namen nicht weiß. Entweder Kikugi oder Kikuki. Gut. Pokémon von die Pflanze natürlich. Wir kämpfen hier ja in einer Pflanzenarena. Und mein Flügeschlag ist sehr effektiv. Alles klar, das war ein Lonely Kill. Ganz wie erwartet. Und Level 21? Ah, fast! Botolou bekommt Erfahrungspunkte, weil es den Erfahrungspunkte-Teiler trägt. Nein, Pokémon nicht austauschen. Ah, ein Roselia. Die Entwicklung von... Äh, wie heißt das? Pokémon-Namen vergessen. Fitt ist ein Pokémon aus der vierten Generation. Und deswegen kenne ich den Namen nicht so gut, weil... Ich die vierte Generation nicht so häufig gespielt habe. So, jetzt Level-Up für unser Staravier. Und unser Plibrin bekommt Erfahrungspunkte. Ich wollte eigentlich deine Überraschung zum Sieg ausnutzen. Tja, Satz mit X war wohl nix. Der nächste Trainer befindet sich in der Nähe von zwei Felsen, glaube ich. Danke für diesen Hinweis. Das muss ich also nach zwei Felsen Ausschau halten. Hier ist niemand. Hier ist niemand, aber hier ist, glaube ich, jemand. Nee. Aber da unten ist jemand. Ah, ich habe dich genau gesehen. Genau du, genau du. Meine Platz-Pokémon sind stark. Du wirst nicht gewinnen. Denn ich mache es dir nicht einfach. Ach ja. Das werden wir doch mal sehen. Petra. Ah ja, Knospi hieß dieses Pokémon. Die Vorentwicklung von Roselia. Okay, äh... Fluggelschlag, ja. Flugschlag. Flügelschlag. Und ein One-It-Kill. Das nächste ist bestimmt wieder ein Knospi. Und ihr drittes ist das Roselia. Jawohl, Knospi Nummer zwei. Und danach kommt Roselia. Prognose-weise, werde ich das jetzt mal sagen. Oder prognostischerweise, werde ich das jetzt mal sagen. Noch komplizierter formuliert. Und One-It-Kill natürlich. Jawohl. Blöde Baby-Pokémon. Die kann man leicht besiegen. Was, kein Roselia? Oh Gott, dann ist diese Trainer noch schwächer, als ich gedacht habe. Na gut, Flügelschlag. So, die Trainerin hat es mir in der Tat nicht leicht gemacht. Denn sie hatte drei Pokémon. Dafür musste ich drei Attacken einsetzen. Der letzte Trainer hatte nur zwei Pokémon. Bei dem musste ich nur zwei Attacken einsetzen. Je schöner die Blume, desto schneller verblüht sie. Aha, schönen Spruch. Ach, natürlich, der Hinweis. Zum nächsten Trainer. In der Mitte der drei Bäume. Das sollte reichen. Viel Glück. Ich glaube, die haben wir schon bekämpft. Ja, das müsste die hier oben sein. Hä? Ne, hier ist niemand. Hier waren wir ja auch vorhin schon. Oder kann es sein, dass die Trainer dann auftauchen, nachdem man andere Trainer besiegt hat? Ne, das kann ich mir kaum vorstellen. Ah, doch, doch, doch. Tatsache, Tatsache. Dieser Trainer hier, der hier steht, der war vorhin nicht da. Auch wenn du es versuchst. Du kannst den Geruch der Blume nicht verbergen. Ja, das stimmt. Ah, sie hat nur ein Pokémon. Das müsste ein schneller Kampf sein. Ach, sie hat einen Starter. Den Pflanzenstarter von Sinnoh. Jellas. Hätte sich auch schon längst entwickeln können. So, Flügelschlag. Und das ist ein One-Hit-Kill wird, glaube ich, muss ich nicht extra erwähnen. Unser Pokémon hat vier Level mehr und den Typenvorteil. Und da ist noch Step drauf auf dieser Attacke. Sie ist sehr effektiv. Und Wortun, du, hat jetzt Level 20 erreicht. Deine Fähigkeiten lassen auch nicht verschleiern oder so ähnlich. So schnell kann ich nicht lesen. Der nächste Gegner erwartet neben vier Blümchen auf dich. Benjamin Blümchen ist es bestimmt. Ah, bestimmt hier rechts, ne? Ich glaube, ich sehe ihn schon. So, hier sind die vier Blümchen. Und da ist der Trainer, den ich gesehen habe. Du hast mich gefunden. Natürlich werden wir jetzt kämpfen. Oh, eine Blondine. Okay, sie hat ein Rosalia. Aber ihr Pokémon ist weiterhin nicht besonders stark. Nur Level 17, wenn man ihre Pokémon mit unserem vergleicht, ist das schon ein Witz. Und ich habe mich vertippt. Verdammt. Vielleicht sollte ich die A-Taste, äh, nicht die A-Taste benutzen, sondern besser die Maus. Die Maus, die seht ihr ja sowieso nicht. Nein! Verdammt! Warum musstest du dich jetzt vergiften lassen? Ah, ich hätte mich nicht vertippen sollen. Das ist jetzt mein Verschulden. Es kann jetzt zwar sein, dass ihr meine Maus geklickt gehört, aber... Ich glaube, es ist viel nerviger, wenn ich mich vertippe. Oder? Hört ihr das? Vielleicht ein bisschen. Na ja, dann benutzt die Maus nur bei Pokémon kämpfen und sonst muss ich ja eh gezwungene Weise mit dem Falltasten hier agieren. Ja, ich habe auch kein Gegengift, oder? Medizin. Ja, doch. Perfekt. Dann muss ich nicht extra zurück ins Pokémon hinterlaufen. Nein! Verdammt! Das wollte ich nicht. Ich habe die falsche Taste mal wieder gedrückt. Jetzt habe ich A statt B gedrückt. So, jetzt drücke aber B hier, B, B, Renn, na los, Renn um dein Leben! Renn, du sollst rennen, bitte, renne. Danke. So, hier ist die Rennleiterin, Silva. Ich habe ja schon mal Pflanzen-Pokémon unterschätzt, und zwar in der ersten Generation. Damals habe ich gegen Erika verloren. Hoffentlich passiert mir das nicht nochmal. Denn damals habe ich meine Pokémon auch nicht geheilt im Arena-Kampf, nachdem ich die ganzen Trainer besiegt habe. So wie hier, und ich hoffe, dieses Mal verliere ich nicht. Du hast mich warten lassen. Ich leite die ewig genaue Arena. Silvana, die Fernsehmeisterin. Äh, es war mir sicher, dass du den Weg zu mir finden würdest. Meine Instinkte trügen nie. Du hast die Aura eines Gewinners. Das wird ein Spaß. Lass uns beginnen. Okay, los geht's. Kämmen gegen Silvana. Kampf um unseren zweiten Orden. Das erste Pokémon von hier. Kikugi. Das Pokémon kann auch eine andere Form annehmen. Und zwar, wenn Sonnentag, also wenn die Sonne scheint quasi. Wenn eine Sonnentag-Attacke benutzt wurde. So, es hat ein stärkeres Level als alle Pokémon der Träne hier in dieser Arena. Und das war trotzdem ein One-Nit-Kill. Gut, das nächste von hier. Der Pflanzenstarter aus Sinnoh, Cellast. Gegen dieses Pokémon haben wir vorhin schon gekämpft. Das hatte allerdings nur Level 17. Dieses Cellast hat Level 19. Aber auch das müsste ein One-Nit-Kill sein. Na, es ist kein One-Nit-Kill. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Strauchler. Okay, ist nicht so stark. Die ist ja nicht effektiv. Pflanze gegen Flug funktioniert nicht so richtig. Jetzt kommt bestimmt ein Trank von ihr. Das heißt, ich benutze noch mit Flügelschlag. Genau, habe ich erwartet. Warum ist der Cellast eigentlich männlich? Normalerweise setzen ja Trainer immer die Pokémon ein, deren Geschlecht der Trainer hat. Oder ist Sylvanas etwa ein Mann? Oh mein Gott. Und Roserade, die Entwicklung von Roselia. Das Pokémon bekommt man, wenn man ein Roselia, einen Lichtstein, soweit ich weiß, gibt. Es hat Level 22 und ist ein würdiger Gegner für unser Flug-Pokémon. Ich benutze viel geschlagen. Oh, starke Spore. Verdammt. Meine Initiative ist weg. Nein. Wie gemeint von dir. Egal, ich habe den Typenvorteil an meiner Seite. Sie hat trotzdem keine Chance. Ha, siehst du. Siehst du, siehst du. Was ist das? Irgendeine Beere? Eine Citro-Beere. Na gut, das ist nur eine lehrmähliche Ausrede von mir. Und nochmal Flügeschlag. Dieser Strauch, da müsst ihr nicht so viel abziehen. Bitte treff, treff, treff. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wir haben unseren zweiten Orden. Und können jetzt HVM1 Zerschneider benutzen. Und können damit auch in das Hauptgebäude von Team Galactic. Auch wenn ich es vielleicht schon erwähnt habe, du bist echt zäh. Es war bestimmt anstrengend, deine Pokémon so gut zu trainieren. Das zeigt, wie sehr du deine Pokémon magst. Als Anerkennung überreiche ich dir dies hier. Mit dem Waldorden können deine Pokémon die VM Zerschneider außerhalb von Kämpfen anwenden. Da du jetzt zwei Orden hast, werden dir alle ertauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Ich gebe dir noch etwas. Ein Geschenk von mir persönlich. Das ist die Strauchler-Attacke. Diese TM86 beinhaltet die Attacke Strauchler. Eine meiner Lieblingsattacken. Je schwerer der Gegner ist, desto mehr Schaden nimmt er dabei. Eine perfekte Attacke gegen Onyx zum Beispiel. Bei Onyx ja ziemlich schwer ist. Gut, ähm... Ich schaue das schnell meine Pokémon an. Okay. Jetzt muss ich schauen, welches unsere Pokémon Zerschneider kann. Und wenn wir kein Pokémon haben, was Zerschneider kann, dann muss ich eins im nächsten Part fangen. Ah, Wartalook... Ah, perfekt. Hasbira kann Zerschneider. Gut, dann muss ich kein Pokémon extra fangen. Ähm, ich verlerne... Gesichte. Alles klar. Gut, dann verlasse ich die Arena und gehe dann ins Pokémon Center und dann schauen wir uns im nächsten Part an, was Team Galactic in ihrem Gebäude so für Sachen geplant hat. Und wir können ihn jetzt in das Gebäude, da wir jetzt VM1 auch außerhalb eines Kampfes anwenden können, da wir jetzt unseren zweiten Orden haben. Ach ja, stimmt. Schauen wir uns den einfach mal an. Unser anderer Orden müsste ja inzwischen schon verschmutzt worden sein. Ja, so sieht er auch aus. Moment. Problemen wir uns den mal hier richtig blank. So, er will denn schon Dreck an seinen Orden haben, ne? Das ist ja schon nicht mehr feuerbar. So, der glänzt wieder, sehr gut. Und den müssen wir noch zum Glänzen bringen. Und dann, wenn man alle Orden erlangen, die Orden polieren, das wäre schon ein bisschen Arbeit, ne? Ach ja, übrigens, wenn man hier draufklickt, dann geben sie auch einen Ton ab. Und wenn man alle Orden hat und dann hier durchklickt, dann hat man so eine kleine Tonleiter. Dünn, 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 ne? Gut, aber jetzt heilen wir unsere Pokémon und dann schauen wir uns im nächsten Part uns das Gebäude von Team Galaktik an. So, hier ist das Pokémon Center. Dünn, 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 dünn. Okay, unsere sechs Pokémon sind jetzt geheilt. Jetzt stelle ich mich noch vor dem, vor das Gebäude hin, damit wir im nächsten Part direkt loslegen können. Gut, das Gebäude steht hier. So, okay, ich mache hier an der Stelle dann Schluss und dann sehen wir uns im nächsten Part das Gebäude an. Also, macht's gut, euer Jan K.P. Tschau!